Namaskar Vajrasana ist die Ehrerbietungshaltung aus dem Fersensitz. Komme zu Vajrasana, zur Diamantenstellung, auch Donnerkeil oder Blitzhaltung genannt. Sitze also auf den Fersen und gib die Hände vom Brustkorb zusammen. Mache dies in Ehrerbietung an die Tiefe deines Wesens. Mache dies voller Liebe zu allen Wesen und in Ehrerbietung zum Göttlichen.